So Freunde, kleinen Moment mal, ich kann noch keine Musik abspielen und ich muss hier aus dem Neter raus. Ihr wundert euch jetzt, dass ich nicht mehr bei der Festung bin und dass ich zurückgerannt bin zur Neter-Festung. Aber mir ist etwas aufgefallen, eingefallen, umgefallen, was ich auf keinen Fall so stehen lassen kann. Was ich auf keinen Fall so stehen lassen kann. Erstmal habe ich natürlich gesagt, dass wir an der Kathedrale weiterbauen und dann renne ich hier stundenlang im Neter rum. Das geht ja gar nicht. Und dann ist auch noch etwas heute, etwas ganz Besonderes, was mich auf keinen Fall Zeit in der Hölle verbringen lassen darf. Ich bin nämlich ein sehr arbeitgläubischer Mensch. So, andere Seite. Die schöne, schöne Welt. Bisschen weg vom Neter-Tempel. Und ja, ich glaube, jetzt kann ich, äh, Moment. Ah, heute an dem Tage, an dem ich das nämlich gerade aufnehme, bin ich ein Jahr, äh, vier Jahre lang, Entschuldigung, vier Jahre sind schon, vier Jahre lang mit dem tollsten Menschen dieser Erde verheiratet. Äh, heute vor vier Jahren, am 21.08.2010 haben wir geheiratet. Und ich bin glücklich, wie an diesem Tag. Es ist total schön, mit meiner süßen, meiner Brausemaus verheiratet zu sein. Und, ja, äh, deshalb können wir den Tag natürlich heute nicht in der Hölle verbringen, sondern müssen hier in die Kirche, in die Kathedrale und hier weitermachen. Äh, es hat nichts mit dem Gold zu tun. Hahaha. Wie ihr jetzt vielleicht zuerst gedacht habt. Nein, nein. Äh, heute an dem Tag, wo das ausgestrahlt wird, da bin ich übrigens mit ihr zusammengekommen und das Ganze ist schon elf Jahre her. Ja, okay, ich bin halt ein etwas älterer Geselle. Wir bauen dann mal ein Tal weiter. Ich denke mal, das ist, äh, stilgerecht. Das ist stilgerecht, obwohl wir noch gar nicht wussten, so richtig, wie wir den bauen. Der Altar. Also, mein Schatz, ich liebe dich und ich werde für immer mit dir zusammenbleiben. Auch wenn sie das hier nicht guckt, äh, die guckt das nicht. Es gucken sowieso immer weniger, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, ich will das jetzt auch gar nicht auf den Urlaub schieben oder auf Sonstiges. Vielleicht ist es einfach so, dass tägliche Folgen einfach irgendwann sich ablaufen. Hm, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich mach einfach weiter. Ne, ist so das, was man macht am besten, denke ich mal. Wir haben Gold. Ach ja, wir haben Gold. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Sagen, ein langhaariger Baden mit Zotteln und, äh, ganz viel Stoff um den Arm. Aber wir, äh, wollen das Gold natürlich jetzt in Barren verwandeln. Warte mal. So geht's nicht. Äh, wir müssen auch noch etwas mehr investieren. Ungefähr so. Und wir brauchen auch noch ein paar. Oh Gott, das ist ja auch teuer, ne? Das ist auch teuer. So, haben wir erstmal, äh, vier Stück. Vier Stück. Und dann müssen wir uns genau überlegen, wie das denn hier werden soll mit unserem Altar. Ist gar nicht so einfach. Wir haben die Grundprinzipien stehen. Grundsätzlich. Hm. Wird wieder viel Frickelei. Wird wieder viel Frickelei. Ach ja, schön. Ich freue mich. Ähm, wir müssen ja auch vorsichtig sein mit der Goldausgabe. Ich würde sagen, wir machen erstmal, ähm, hier hinten. So und so. Und machen wir hier oben jetzt auch Gold drauf. Ein goldenes Dach oder wie? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ja, elf Jahre und vier Jahre jetzt auch schon wieder, äh, vermehlt. Ja, man könnte da jetzt so eine Kuppel drauf machen aus Gold. Okay, wir werden das ganze Gold verballern. Ich glaube, wir werden es verballern. Egal, aber wir hätten es auch im Nähter verlieren können. Das wäre, glaube ich, noch viel schlimmer gewesen. So, äh, spenden wir es für einen guten Zweck. Und der Besitztum ist ja immer noch da. Es ist immer noch da. Drei. Hm. Äh, drei reichen nicht. Wir müssen das restliche Gold gleich auch noch holen. Ich mache nochmal einen Schluck trinken. Ich habe gerade total. Ich weine nicht, ne? Also so gerührt bin ich jetzt auch nicht. Hm. Ich überlege eigentlich mehr und kämpfe mit einem kleinen Frosch, der sich in meinen Hals, äh, verirrt hat. Wahrscheinlich, wir waren gerade, äh, chinesisch essen. Wahrscheinlich liegt es daran. Ich will nicht sagen, dass es da Frosch gab, ne? Äh, da gibt es nur leckere Sachen. Es war besonders lecker alles. Alles besonders lecker. So. Das bräuchten wir hier noch zwei. Oh Gott, das ist teuer. Ja, viel mehr Gold können wir nicht verbauen. Das geht gar nicht. Äh, für den Altar. Was kann er denn so noch über... Ja, er kann hier so stehen und predigen. Das geht. Das würde schon gehen. Guck mal, wie es von vorne aussieht. Vielleicht haben wir hier auch irgendwo noch Gold rumoxidieren. Ich habe ja überall immer Gold, Gold, Gold. Ah, es sieht schon cool aus. Sollte man denn noch einen höher machen? Ne, guck mal, so sieht das da hinten aus wie ein Dach. Das passt von der Optik her. Auch wenn man ganz hinten in der Kackhidrale steht. Das ist ja das Faszinierende an solchen Kackhidralen Bauwerken. Wir müssen uns restliche Gold noch holen. Na gut. Äh, warte mal. Dann schmeiße ich gleich mal hier ein bisschen Nähterstein in den Ofen. Und mache, glaube ich, auch nochmal einen zweiten Ofen. Was meint ihr? Wir haben hier auch noch ein bisschen Nähterstein. Haben wir noch fertige... Ah, guck mal, hier haben wir noch Nähtersteinziegeln. Haben wir auch noch. Da können wir sogar schon Zäune raus machen dann für die Lampe. Sehr gut. Dann packe ich das mal alles dabei. Alles werde ich gar nicht unterbringen können. Naja, egal. Ach ja, schön. Schön, schön. Also, wir waren gerade lecker essen. Und jetzt bin ich wieder hier in Hunsgrab. In der realen Welt. In Hunsgrab. Und hier bin ich mit Else verheiratet. Die Beziehung läuft nicht ganz so gut. Sie ist meistens nicht da. Meistens ist sie nicht da. Ähm. Ich möchte auch manchmal gar nicht so richtig wissen, wo sie ist. Ja. Und ihr könnt ja mit Sicherheit verstehen, dass ich das Ganze jetzt hier nicht in der Hölle ankündigen wollte. Ich nehm's mal alles mit. Wir sind nicht pleite. Das Geld ist nur gut investiert in Glauben. In Glaubensfragen. Und Mojang wird uns danken und uns mit ganz viel Gold beschenken. Hm. Und der Glaube stirbt immer zuletzt. Sag ich mal so. Schaut mal. Ja, okay. Wir machen noch mal ein paar Barren. Also, Blöcke. Das ist auch teuer. Vielleicht machen sie es irgendwann mal billiger. Dann reißen wir vorher die alten Blöcke wieder ab. Und dann bauen wir uns ganz... Dann sind wir reich, 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 reich. Und reiche, reiche wie die Snee. So, jetzt haben wir noch ein paar Blöcke. Sieben Stück. Damit sollten wir zumindest hier einmal rumkommen. Und mehr können wir dann auch fast nicht verbrezeln. Weil irgendwann sind die ganzen Besitztümer von Hunsgrab aufgebraucht. Die ganzen Goldreserven. Hier würde natürlich... Das Gute ist, hier ist es absolut sicher, unser Gold. Weil jeder... Es sind jetzt nicht alle, die an Mojang glauben. Also so viel sind es nicht. Da glaubt nicht jeder dran. Aber alle wissen, dass Mojang existiert. Also nicht alle beten zu ihm. Sagen wir es mal lieber so. Nicht alle beten zu ihm. Aber alle wissen, dass er existiert. Und keiner würde es wagen, gegen ihn aufzubegehren. So, gut. Die Erde muss weg. Auch die hier außen. Hops. Keiner würde Gold von ihm klauen. Weil alle hätten Angst. Ist auch der letzte Dieb. Auch der letzte Org in der letzten Ecke von... Vom Dreielmland oder unserer Welt. Oh, die erste kleine Katze. Ist geboren im Namen Mojang. Hallo, kleine Katze. Du bist groß jetzt. Komm mal her. Ich bringe euch beide raus zu den Creepern. Steht mal auf. Hopp. Ihr müsst doch die Creeper bewachen. Ach schön, die ersten beiden Katzen. Dann kommen die anderen auch bald. Oder sind die schon hier irgendwo? Seid ihr schon irgendwo? Na, kommt mal mit. Schön. Zwei Katzen. Die hatten wir ja vor zwei Folgen. Hatten wir die ja... Ach, guck mal. Hier ist auch noch eine. Hallo. Ne, jetzt sind immer noch zwei. Zur Bewachung der Creeper. Ja, beziehungsweise der eisernen Kerle. Die Creeper haben nämlich Angst vor den Katzen. Und würden sich dann dem eisernen Kerl nicht nähern. Deshalb werden wir noch einen jetzt mal hier positionieren. Eine Katze. Guck mal her. Eine muss sich irgendwie schön hinsetzen. Hier zum Beispiel vor die... Äh, setz dich mal hier neben denen. Ihr seid ein Team. Sozusagen. Komm mal her. Ja, pass auf. Katzenstaubsauger. Schieben wir dich einfach rüber. Eine Vermehlung der ganz besonderen Art. So. Und du kommst mal mit. Dich werden wir hier hinten positionieren. Ja, genau. Komm mal mit. Hier hinten zwischen den Häusern. Dann kann da auch kein Creeper durchkommen. Ja, du kriegst auch noch deine eigene Katze. Aber erstmal muss hier der Teich gesichert werden. Hier sind die alle immer. Katze. Komm mal her. Komm mal her. Zieh dich nicht so. Ich hab Gold. Guck mal. Lecker, lecker. So. Sitz. Und dann schieben wir dich ein bisschen rüber. So. Hier hast du einen schönen Platz, oder? Passt auf, dass hier kein Creeper durchrennt. Und hier unsere eisernen Kerle angreift. Oder die... Die Dorfbewohner sogar. Und du kriegst auch noch deine eigene Katze. Keine Angst. Kann man die eigentlich zusammenschneiden? Ist ja am besten, ne? Ich hab schon mal so einen kleinen Test gemacht. In der neuen Version. Was passiert, wenn ein... Creeper tatsächlich auf so einen Golem losgeht. Das Witzige ist nämlich... Der Creeper erkennt den Golem schon als Feind. Aber der Golem verteidigt sich nicht gegen den Creeper. Das ist total witzig. Der würde erst angreifen, wenn die Dorfbewohner angegriffen werden. Bett haben wir dabei. Äh, ja. Der würde erst angreifen, wenn die Dorfbewohner angegriffen werden. Das ist natürlich ziemlich dämlich, nämlich. Ich glaub, wir müssen morgen mal zum Glaser. Und dann wollten wir nochmal von oben gucken, wie das mit den Scheiben aussieht. Und es wird dunkel. Schlafen wir doch irgendwie hier mal neben dem Altar. Wo kann man besser schlafen, als neben dem Altar? Ich glaub, wir haben hier vorne auch ein Bett, ne? Ähm, das Wasser. Da habt ihr gesagt, eine Wassereinheit sollte ich aus Schlangenstein... Penne ich hier. Eine Wassereinheit sollte ich aus Schlangenstein holen, auf jeden Fall. Und die andere dann wahrscheinlich aus dem zweiten offiziellen Ort, nämlich Borgsprung. Müssen wir mal gucken. Also einmal Wasser aus Schlangenstein. Da ist das Wasser ja kostbar ohne Ende. Und einmal Wasser aus Borgsprung für die Taufbecken. Dann bräuchten wir wahrscheinlich noch einmal... Äh, bräuchten wir wahrscheinlich noch zwei Taufbecken, die dann hinter dem Altar positioniert werden. So. Der Altar. Hier vorne kämen natürlich die Fahnen dran. Einmal von Hunskab und einmal von... Ähm... Ah, da machen wir dann in der nächsten Version, da gibt's ja dann Fahnen, da machen wir hier schöne Mojang-Fahnen. Und wir brauchen hier noch blaues Glas. Hier hinten ist es auch noch falsch. Blau und grün und hier auch noch. Ja. Und der Altar muss natürlich noch irgendwie schicker werden. Da darf vor allem kein Dreck rumfliegen. Okay, er steht also hier. Na, so. Wahrscheinlich muss hier noch so ein kleines Podest vor, wo er dann sein Büchlein drauflegen kann, der Pfarrer. Oder Prediger. Ja, schon nicht schlecht. Und hier oben muss dann ja eigentlich auch Gold hin. Haben wir so viel? Wir haben noch zwei. Oh Gott, wir verbandern echt unsere ganzen Goldreserven. Na gut, wir brauchen noch zwei. Kriegen wir hin. Dann ist echt fast unser ganzes Gold weg. Nur für den Altar von Hunskab. Ei, ei, ei. Und zack, zack, zack. Einer. Und zack, und zack, und zack. Ah, guck mal, da spielt einer in der Orgel. Wie passend. Sehr freundlich, Herr Organist. Jo, und dann kommt hier oben nämlich noch mal eine Altarabschluss drauf, sozusagen. Ähm, so, und, hopps. Ja, komme ich jetzt noch nicht drauf. Klar, Logo, Logo. Arrg. Arrg, arrg, arrg. Aber gehen wir hier hoch. Hier haben wir noch Platz. Ja, Freunde, so schnell kommt man... Ach, mein Gott, das ist heute schlimm. Aus den Nähter zurück in die normale, reale Welt. Was war das? Ach, hier, die Hühner. Das ist übrigens hier unser Sternenhimmel. Der bewegt sich auch, wenn die Hühner sich bewegen. Das passiert nicht immer, aber immer häufiger. Haha. Knapp noch gerettet. So, ups. Dann schauen wir mal, wie es aussieht von Weitem. Sieht das Altar-mäßig aus? Hm. Ja, schon. Sieht schon sehr beeindruckend aus. Auf jeden Fall. Wir können hier oben noch... Wir können noch... Warte mal. Die Farben sind ja blau und grün. Ja, wir müssen uns das alles noch ein bisschen überlegen. Oh, ich übersteuere die ganze Zeit total. Total übersteuert. Hier ist... Ah, wir haben hier ganz viele falsche blaue Farben. Okay, dann nehmen wir das doch alles mal mit zur... Grün haben wir noch. Aber das falsche blaue. Okay, merke ich mir. Bitte merken. Das Holz lassen wir mal hier. Und die Sachen lassen wir auch mal hier. Ich lasse mal so ein bisschen was hier. Verdammter Frosch. Also, heute ist es echt schlimm. Tut mir leid. Es tut mir leid. Okay, wir brauchen also... Da oben können wir noch Fackeln drauf. Oder Lampen. Ja, so machen wir es. So ist der Plan. Wir holen erstmal noch blau. Das andere blau. Blö, die... Sie asa blö. Na? Ja, du kriegst auch eine Katze. Sobald hier einer sich her beamt. Sobald da wieder welche ausgeschlüpft sind. Bekommst du die. Und du auch. Ihr bekommt alle Katzen zum Schutz. Ja, und zum Streicheln und Liebhaft. Natürlich. Klar. Ja, ihr hattet euch für die... Den Bauern der Kackhidrale entschieden. Äh, ziemlich mehrheitlich. Es gab auch Stimmen für das Altersheim, was mich sehr freut. Ne, als Opa. Freut er natürlich der... Das Altersheimbegehren dann schon sehr. Und wir holen jetzt erstmal Glas für die Kackhidrale. Holz haben wir schon da. Dann können wir auch oben weiterbauen in der nächsten Folge. Ja, machen wir noch diese Woche. Also dieses Wochenende noch an der Kackhidrale weiter. Wahrscheinlich gibt es dann auch einen langen Sonntag. Mal sehen, wie ich das zeitmäßig hinkriege. Ja, sollte schon passen. Irgendwie. Und am 30. Ist dann ja die große Schlacht gegen den Schwarzen Drachen. Und da müssen wir auf jeden Fall vorher nochmal zum Schlachtfeld eilen. Das Gruppenzelt aufstellen, wo alle... ... ihren Platz kriegen. Man sollte nicht aufnehmen, wenn man vorher beim Chinesen war. Es ist mir gerade so aufgefallen. Es fiel mir ein. Pass auf, wir nehmen mal... ... hier von die Hälfte mit. Und machen uns da raus. Scheiben. Dann haben wir genug. Weil da kommen ja immer, glaube ich, 16 Stück raus pro O. Ja. Pro Umsel. Ja, genau. Siehst du, da haben wir nämlich 48 Scheiben. Das sollte reichen. Das sind 7. Das würde auch noch reichen. Komm her. Zack. Passt auch noch. Dann haben wir 64 Scheiben. Na, Mensch. Ein Stack. Das ist doch eine akkurate Zahl. So, und die anderen Scheiben. Das andere Blau. Das haben wir hier gar nicht. Wir haben das andere Blau nicht. Das Helle. Hier ist Grau. Oh, da fehlt uns noch eine Kiste. Na gut, dann müssen wir das erstmal in irgendeine Sammelkiste schmeißen. Boah. Hier zum Beispiel mit bei. So, und die nehmen wir mit. Und die lassen wir auch noch hier. Da müssen wir noch eine Kiste für machen. Erinnert mich da mal dran, bitte. Bitte, bitte. Bitte, Brigitte. Okay, es geht zurück. Sonst wollte ich ja nichts mehr mitnehmen, glaube ich. An Verzierung. An Zierrad. Ja, und dann ist der... Äh, ja gut, ich wollte die Teppiche mitnehmen, aber da komme ich jetzt sowieso nicht dran. Da müssen wir dann nach und nach immer mal, wenn wir mal... Wir können immer hier reingucken. Wir können oben hingehen, da können wir uns Teppiche machen. Äh, da würde ich gerne so lila. Ja, weil ihr habt ja gesehen, dass die Roben von den, ähm, Priestern ja auch lila sind. Und wie wollen wir die Fenster von der Kackhydrate machen im oberen Bereich? Das müssen wir uns auch noch überlegen. Naja. Naja, das entscheidet ihr mal wieder, würde ich sagen. Da macht er sich immer leicht, ne? Sagt er einfach, äh, das entscheidet ihr. Und dann, äh, müsst ihr das entscheiden, naja. Aber ich finde das gut, wenn alle mitarbeiten an Hunskrab. Dann kann jeder sagen, Mensch, und guck mal, die Idee hatte ich. Das hab ich ihnen gesagt, dass er so machen soll. Lila. Haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht. Haben wir nicht. Das ist blau. Haben wir kein Lila? Das ist doch, ne, ja, das ist, äh, Violett. Violett. Aber Lila müssen wir doch auch haben. Das ist pink, Violett. Ja, gut, das ist ja, alles gut. Nehmen wir Violett. Äh, Violett. Brauchen wir nicht so viel von. Nur ein bisschen, so ein paar Knöpel. Was haben wir hier noch? Ah, schöne Klamotten. Aber Violett haben wir ja gar nicht. Blau hätten wir noch im Angebot. Ne. Ja gut, dann müssen wir Wolle färben. Ist kein Problem. Das ist kein Problem. Da müssen wir nur mal ganz fix zur, äh, Wollerei, Wollfarm rennen. Denn wir haben sehr viel Wolle, natürlich auch beim Herrlager. Ähm, die da rumvegetiert und auf euch wartet, dass ihr eure Farben damit machen könnt, ne. In die Version 1.8 werden wir bis dahin wahrscheinlich noch nicht erreicht haben. Oh, guck mal. Hups. Eingesteckt. Werden wir noch nicht erreicht haben. Denn, ähm, ja, da werden wir vorher die Schlacht machen. Die Schlacht wird also vor der Version sein. Und deshalb, äh, können wir noch keine individuellen Fahnen machen. Die wird es nämlich dann da geben. Korn hatten wir erst geerntet. Das ist also alles gut. Hier entstehen keine Kornmumen. Und wir haben auch eine Schere dabei. Das ist noch viel besser. Die können wir dann auch noch direkt hier lassen. Für den Nächsten, der mal Bock hat, Schafe zu scheren. Komm, guck mal her. Komm, guck mal her. Ihr müsst alle eure Wolle geben. Ähm, das ist hier Wolle to go. Ähm, denn. Wir haben sie nicht. Das ist keine Lagerwolle. Es gibt ja Lagerwolle. Dann gibt es Pfeilwolle. Das ist die Wolle, die von Schafe fällt. Die lange nicht geschoren wurden. Dann gibt es, ähm, Wolle. Äh, Direktwolle. Das ist hier das hier, ne. Direktwolle. Oder auch Wolle to go. Oder Frischwolle genannt. Oder auch Wollefix. 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 Könnte man es auch nennen. Die ist meistens weiß. Weil, äh, ja. Ist halt so ein Label. Okay. Gucken wir mal, wie viel haben wir. Ja, 30 Gramms, äh, Pumps reicht. Für ein paar Teppiche reicht es. Hoppa. So, Kiste. Da ist gar keine Wolle mehr drin. Aha. Aber jetzt ist da noch eine Schere drin. Guck mal, wir haben hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier Scheren. Nicht schlecht. Und ein bisschen Müll. Natürlich. Können wir eigentlich mal Mülleimer werfen. Irgendwann sind diese Mülleimer total kostbar, weil da so viele tolle Sachen reingeworfen wurden. Und dann freut sich der Herr von der Müllabfuhr und dann braucht er nie wieder arbeiten. Obwohl, die hat die Mülleimer sowieso bis jetzt noch nie geleert worden in Hohenskrab. Die Müllabfuhr hält sich also mit ihrer Arbeit schon sehr, sehr, sehr zurück. Beiseite. Beiseite. Us. Teppiche machen. Dafür müssen wir erstmal Wolle nehmen. So. Vier. Okay. Die. Ein. Ich mach das immer verkehrt, ne? Das nervt euch bestimmt auch total, dass ich das jedes Mal verkehrt mache. War das echt so? War das wirklich so? Oh. Ups. Ja. Zack. 16. 16. Aber aus 16 kriegen wir jetzt nämlich ganz viele Teppiche. Ungefähr so. Und so. Und komplizierter konnte man das eben nicht machen. Ich hab mich echt bemüht, aber es ging einfach nicht noch kompliziert. Oh. Schaut mal. Wird schon wieder dunkel. Folge ist gleich rum. Ich penne noch kurz und dann legen wir noch kurz den Teppich auf den Altar. Das ist ein feierlicher Moment. Und heute an meinem Bekanntschaft, also Hochzeitstag war ja gestern. Also wenn ihr das jetzt seht, war das gestern. Am 21. Am 22. Habe ich meinen Schatz kennengelernt. Naja. Diese Folge widme ich ihr. 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 Und ihr allein. Und mir. Nein. Nur ihr. So. Dann packen wir nämlich hier. Ah. Guck mal. Die sieht auch schön aus. Die sieht so richtig christliche Wolle. Also mojangische Wolle. Ja. 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 Da könnte man das hier natürlich auch noch drauf machen. Schauen wir mal. Nur mal gucken, wie es aussieht. Äh. Bestimmt nicht so gut. Ne. Da drauf nicht. Da drauf nicht. Da kommt was anderes drauf. Irgendwelche Schalen oder so. Wer weiß, was noch alles kommt. Ne. Weiß man ja nie. Was noch alles entstehen wird. Hier beim wunderschönen Minecraft. Äh. Die sind ja straff dabei. Sachen zu entwickeln. Aber da oben macht sich das ganz gut so. Als Tatartuch. Und dann könnte man das ja auch hier so runterragen lassen. Dafür müssten wir den Block einfach aus. Na. Ihr wisst schon. Aber ich glaube so ist es ganz nett. Da oben könnte man das auch noch drauf machen. Sozusagen als kleinen Talaraltar. Ähm. Ja. Schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall gut aus. Da muss noch die Lampe ergänzt werden. Dafür haben wir extra den Nitterstein geholt. Und dann geht es weiter oben im Turm. Äh. Ich sage liebe Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Äh. Gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft. Und auf Wiedergesehen. Lasst euch nicht unterkriegen. Immer weiter so.